Hallo Bowlingfreunde, für mich ist Bowling ein schöner Freizeitsport, den man unabhängig betreiben kann, und der aber doch so seine Tücken kann. Nicht jede Ballabgabe führt zu den gewünschten Erfolgen, doch gerade darin liegt auch der Reiz des Spiels, zu erkennen, wie man den Ball am besten in die Pinngasse spielt. Will man das Freizeit Bowling doch etwas intensiver betreiben, z.B. bei Hausligaspielen auf den einzelnen Bowlingbahnen, oder als Mitglied in den Landesverbänden, kann man sich auch einen Trainer anvertrauen. Mit seiner Unterstützung lässt sich sicher das eigene Spiel verbessern. Doch darf man dabei nicht vergessen, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Bedauerlich finde ich, dass Bowling bei uns nicht das gewünschte Medieninteresse findet. Auch ist es schwierig, Sponsoren wie den Verein unterstützen zu können, sodass leider die finanzielle Belastung den einen oder anderen davon abhält, regelmäßig Bowling zu spielen. Nun ja, mir macht Bowling viel Spaß und so lasse ich mich oft auf der Bahn sehen. Auch wenn im Nachgang meine Ergebnisse eher frustrierend als begeisternd sind. Insofern wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis demnächst mal wieder. Unsinn MK Danke! Hm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020